Das Herstellen von Präparaten kann mega lange dauern, aber manchmal geht es auch schnell. Und eine besonders schnelle Art und Weise, ein Präparat herzustellen, zeige ich dir in dem Video. Ursprünglich wollte ich das hier mit dieser Sonnenblume machen, indem ich dort die Pollen einmal im Mikroskop reinhole. Aber dummerweise ist diese Sonnenblume eine Züchtung, in der extra wenig Pollenkörner vorkommen. Und ja, deswegen nehme ich euch jetzt gleich einmal mit raus auf die Wiese und mache das Ganze mit Löwenzahnpollen. Und ja, dann packe ich einmal meine Sachen zusammen und wir sehen uns draußen. Ja, jetzt bin ich draußen angekommen. Das hier ist die Blüte, an deren Pollen ich dran will. Die Löwenzahnpflanze, wenn ich sanft mit ihr umgehe, bleibt dabei auch unbeschädigt. Und was ich dafür brauche, ist einmal ein Glasobjektträger, Tesafilm, natürlich die Blüte und Mikroskop zum Angucken. Hier ein Vollscope mit Lichtmodul. Ja, und dann hole ich euch mal ein bisschen näher ran, dass ihr auch was erkennen könnt. Und auf die Plätze, fertig, los. Und Präparat ist fertig. Dann gucken wir uns das mal zusammen an. Ja, und da sehen wir jetzt, die Pollenkörner, die haben eine eher komplexe Form. Die sind nicht einfach nur kugelrund, sondern haben so Flächen und in der Mitte ja so Punkte. Also so wie vielleicht ein Dodekaeder oder Ikosaeder oder sowas, wo auf den einzelnen Flächen dann Punkte oder Vertiefungen drauf sind. Diese Art und Weise schnellen Präparat herzustellen, könnt ihr eigentlich immer anwenden, wenn ihr ein pulveriges oder staubiges Ausgangsprodukt habt, was ihr im Präparat anwenden wollt. Also das funktioniert dementsprechend auch bei allen anderen Blüten, bei denen man gut an die Pollen drankommt. Aber auch mit zum Beispiel Speisestärke oder Puderzucker, wie in dem Video. Da ist nämlich auch noch gezeigt, wie das Ganze mit Kunststoffobjekträgern geht. Das Video darüber, das ist ja auch sehr spannend für dich. Und in diesem Sinne wünsche ich dir dann viel Spaß beim Ausprobieren, Nachmachen und Mikroskopieren. Das Video darüber, das ist ja auch sehr spannend für dich.